Und ein herzlich willkommen mit mir hier der Stefan, wo ab die Runde beginnt, es gibt am Dienstag einen Livestream und es gibt einen Gutschein-Code zu gewinnen und seid gespannt, seid immer dabei und abonniert mich, kommentieren und liken. Dann gewinnt ihr den Gutschein-Code und ich bin natürlich nicht alleine beim Livestream. Wer ist denn dabei? Ich. Wer ist denn ich? Jonathan ist dabei, genau. Wir schauen uns das ganze DLC an von GTA 5. Seid gespannt und ciao. Puh. Herzlich willkommen mit mir hier der Stefan bei was ganz Neuem, aber gleiches Projekt wie immer. Ich liebe Wolfenstein in The New Order. Nein, wir spielen heute Rainbow Six Siege. Schaut mal im Hintergrund. Es ist gar nichts mehr. Nur noch ich. Und alleine habe ich das natürlich nicht hinbekommen. Der liebe Jonathan hat mir dabei geholfen. Du solltest der lieber Jonathan sagen. Ist dabei. Und wir spielen einfach jetzt Präsidentenflugzeug. Ich bin Finca. Ist eigentlich nicht so mein Operator. Ja. Es ist 22.55 Uhr fast. 23 Uhr. Und wir kriegen die Runde. Da steht eine Softbox. Da steht leider kein Softbox mehr. Ja. Ja. Total verkackt, aber. Ja, genau. Okay, lass uns nicht spawnpicken. Wir sind ja Angreifer. Ich verkack das die ganze Zeit. Immer wenn ich Angreifer bin, denke ich... Aktiviere Adrenalinschub. Hallo. Nicht übertreiben. Ich konnte mich kaum bewegen. Einer. Diese Ash. Das bin ich auch egal. Zeit fürs letzte Gebet. Äh. Verkackt. Der Leihen hat vollkommen verkackt. Oh, blöd aus. Zeit fürs letzte Gebet. Bapapapapapapapapapapapapapapap. Ist links zufällig einer im Raum. Äh, rechts ist einer. Ist einer im Raum bei der Bombe, aber sonst. Ja, ich mir. Ja. Arschlöcher. Danke. Äh. Gekickt. Danke. das ist ja viel toller meine nase juckt gar nicht es liegt da jemand auf dem boden wer keine ahnung die erste steht einfach vor mir ich weiß ich merks hey penny tor ach da ich wollte gerade schon sagen wo muss doch der typ sein ich weiß das links in dem raum da alle ruhe oh mein gott aber ich habe ja ich habe den voll stark angehittet ok gut sonst hätte ich mich noch schlecht gefühlt was ist hier denn drin oder letzte topf vom schützenfest ein bisschen abgestimmt ja war auch ein bisschen abstehend ich glaube ich hätte mal hoch hier bin ich ein bisschen geschützter oh ne der rumtyp hier mit seinen platten kommt zu mir die tönt mich ja gar nicht an keine camp ach ja es gibt keine draußen camps ich frage mich schon warum es nicht draußen geht meine haare glitzern aber immer noch ein bisschen in der cam ja es geht ich habe noch leichtes rotes gesicht aber ja ist halt jetzt ich müsste die sättigung dann ein bisschen runterschrauben aber naja irgendwann was ist denn schwarz weiß ja aber ich weiß nicht irgendwie wird es immer wieder perfektioniert also ich weiß noch wo ich angefangen habe damit ging es nie wirklich nicht also ich meine jetzt generell mit der cam ach das ging schon auch ohne den kühlskind nicht am anfang oder wie meinst du es jetzt nein nein generell das ganze system nicht was 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 hat er gesagt das ist doch jackels waffe ich schwöre das ist jackels waffe das klappt das klappt es klappte generell nicht meine wenn ich die prinzipiell beendet hätte oder runtergeschraubt hätte und jetzt klappt das merkwürdigerweise auf der moment einfach weiter dieser typ dieser anlacky typ hier richtig abtörend junge hier juckt mich dann monkey rom und ist tot ich nein jr 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 Was hat da viel zu kommen? Ich hab jetzt keinen so schnell gesehen, aber egal. Was? Ja so. Wuuu! Fuck with you! Nice. Ja, bisschen zu spät aber sonst. Wir konzentrieren uns erstmal. Kann grad nicht alles gleichzeitig. Ja, ich will hier weg. Ich fühl mich hier sehr unwohl. Zwischen den ganzen Männern. Oh, passt schon. Unter den ganzen Männern und eine Frau! Zwei Frauen! Uuuu! Ja, ja, ich bin IQ! Was wüsste mehr? Ja, ja, ich bin IQ! Kein Tod! Ja, das wär schon beautiful! Auf jeden Fall! Ja! 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 Das ist nicht cool! Ja! Ja! Jetzt kommt der Maverick auch noch mit? Richtig gesunden, Kind. Ich komme auch noch. Nein! Hopp, 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 hopp! Run! Run, boy, run! Junge, alles ist gut, nicht du. Proceed, proceed, proceed. AQ, please. Right or left? Du sprichst gerade nicht mit meinem Team. Ich weiß, ich meine nicht ja auch. Du sagst auf deutsch. Geh nach rechts oder nach links. Ich seh Stairs nach oben zum Cockpit. Und was? Ich seh Stairs bis zum Cockpit. Oh, 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 ich hab Cock gesagt. Okay, ich stehe wahrscheinlich bis hier upstairs. Warum ist da die Tür? Die verwirren mich hier. Maximal, warte. Ist da Dünem? Oh, hä? Alter. Sirmart kommt jetzt auch noch. Richtiges Kind. Könnt ihr nicht mal euren eigenen Weg suchen? Was? Ähm, von wo? Von wo? Es war hinter den Sofas. Was? Dreh in Sekunden übrig. Wie läuft? Wie läuft? Wie läuft? Wie läuft? Wie läuft? Fünf Sekunden. Was? Warum sagst du nichts? Ich hab die nicht. Ich wusste nicht mal, dass der da ist. Holy shit, alter. Oh, ich. Na. Jetzt ist Verteidigen, ne? Ja, ja, ja. Lokalisiert. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich werd erst Ja sagen, wenn ich bezahlt werde. Vielleicht nicht regeln, vielleicht nicht. Dann scheiß was, Alter. Junge, dann fliegt doch aus. Scheißegal. Junge, sei nicht so toxic. Ich und Toxic. Ja. Du und Toxic. Deine Aggressionen sind immer so brutal, ne? Ja, Mann. Oh. Holy shit. Natürlich kommt der Jekyll jetzt. Blitz ist oben. Ja, Vera, Cockpit Blitz. Ja. Jacky ist da, wo gerade markiert wurde. Jacky ist da, wo gerade markiert wurde. Alter Junge, Jacky ist da oben. Was heißt Cockpit denn auf Englisch? Pfff. Äh. Cockpit. Ja, und dann hab ich's richtig gemacht. We are pretty fucked the guys. Ich schick die Frau nicht. Äh. Da ist Hibana. Da ist Lion. Nein, nein. Ich mein jetzt. Gavira. Ich bin tot. Blitz hat mich entdeckt und hat mich sofort getötet. Wo ich in, äh, Camp-Phase war. Alter, Mayra, bitte ein bisschen weniger mal schießen schießen. Nein, ich glaube, Gavira sollte mal ein bisschen besser schießen. Aaaaah. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh. Junge, es tut so weh. Es tut so weh. Liebst du da? Ja. 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 Ich hab' gar keiner mehr. Alter. Die Mayra macht mich irrum. Ja. Ich sag ja. Ich sag's ja. Nein, die kommen bei A oben runter. Der Rum-Typ hat zu viel rumgetrunken, glaub's mir. das safe ich kann ja drohne kommen blitz ist da oder kommen alle würdest du es schaffen vielleicht hat sich erledigt da sind viele die ja schild bitte ja 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 ich mag es immer gerne so einen kleinen überblick zu schaffen wo die alle sind und dann komme ich weiß du das du benutzt die kamerakarte naja okay kann er bitte leise sein das ist die muten ich weiß aber ich will auch seine call out sehen hören einer fährt gerade runter jetzt fährt er wieder hoch das ist das ist das das ist das das ist das jekyll ist fast jekyll ist fast down jekyll ist die die wüsten frau steht genau vom fenster die 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 Nächste Kamera, komplette Mobbing. Oh, dieser Rumtym, der regt mich auf. So schlimm ist er jetzt auch nicht. Neul, keiner tötet ihn. Ja, das ist fuck halt. Du bleibst hier. Nein, schau. Alles die gleichen. Ja. Los jetzt, 2 Monate. Mach mal, 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 mach mal. Das ist ein Magaziner. Nur noch 15 Sekunden. They don't have much time. Let's go, let's go. Nice. Nur noch ein Gegner übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ja, da, da. Alle Gegner eliminiert. I don't fuck with you. Nice. Holy shit. Alter. Wir sind immerhin gewonnen. Das stimmt. Um nichts zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. Und jetzt ganz kurz vorab diesem Video, äh, wollte ich nochmal ganz... Achja. Ups. Ist ja Endszene. Erger. Kom. Ja, um... Das stimmt. Erger. Ja, um... Geist. Ja, um... Erger. Bis zum nächsten Mal.